Hey Leute, willkommen bei Pantido und unserer Playmobil-Polizeigeschichte. Das Wurmloch. Haha, mal sehen was passiert. So, fast fertig. Nur noch den Turboantrieb einbauen. Na, das ist doch ein Klacks. Das wäre doch gelacht. Kleinigkeit. So, das war's. Die Berechnung stimmt auch. Okay, muss eigentlich nur noch getestet werden. Hey Doc, wie sieht's aus? Können wir mal eine Runde drehen? Absolut perfektes Timing, Jungs. Bin grad fertig geworden. Ja, fantastisch. Viel Spaß mit dem Turboantrieb und die hier werdet ihr vielleicht brauchen. Ähm, sollten wir uns vielleicht Sorgen machen? Ach, keine Panik. Jetzt steigt erstmal ein. Die Knöpfe für den Turboantrieb findet ihr in der Mittelkonsole. Viel Spaß, Jungs. Hm, ich schau noch mal nach, aber da sollte eigentlich nix schief gehen. Oh, oh. Na, das bekommen die zwei bestimmt hin. Wollen wir den Turboantrieb testen? Oh ja, gib Stoff. Na dann. Ah ja, hier ist der Knopf. Festhalten. Wow, was ist das denn? Was ist das denn? Wow. Was war das? Was für ein Ungetüm stört das königliche Turnier. Er greift es und bringt mir seinen Kopf. Zu den Waffen. Für den König. Äh, was zum Henker war das? Ich hab keine Ahnung, aber wir bekommen Besuch. Oh je. Die sehen aber nicht so aus, als wenn die uns den Weg nach Hause erklären wollen. Sehe ich ähnlich. Lass uns abbauen. Fahr, fahr, fahr. Schneller. Die kratzen schon an der Stoßstange. Wo ist der Knopf? Jetzt rück doch mal auf den Knopf. Wo, äh, ah, ich hab ihn, ich hab ihn. Geht los. Warum, warum passiert da nix? Ah, 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 ah. Ja, ja, und dann der Typ. Und ich so mit der Knarre. Hä, was war das? Irgendetwas Technisches. Das muss mal wieder Sharkbeard sein mit seinem Schnickschnack. Lattikanone. Ei, ei. Und wo sind wir nun? Ich weiß nicht, aber es riecht irgendwie nach Strand, nach Meer und nach Schießpulver. Moment. Schießpulver? So, Schießpulver. Kugel rein. Das war's. Wie weit bist du mit der Kanone? Gerade fertig geworden, Käpt'n. Na, dann wollen wir mal. Aufgepasst. Feuer! Feuer! Mein Gott. Fahr, 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 fahr. Wir sind doch kein Kanonenfutter. Mwahaha. Mit dem Klinoroboter werde ich Ruby endlich bezwingen und... Oh! Äh, haben wir was erwischt? Kein Plan. Du fährst doch dieses Schlachtschiff. Was war denn das? Oh, wie ich sehe, habe ich ein Ersatzteillager gefunden. Es war eh Zeit für ein Upgrade. Na dann, wollen wir mal sehen. Oh, was ist denn das nun schon wieder? Egal. Erstmal raus hier. Ach du heiliger, ein Roboter würde so einen Truck fressen. Was? Oh mein Gott, ist er aufhören? Ich habe Bessie gerade erst frisch lackiert. Wir müssen ihn aufhalten. Los. Okay. Feuer frei. Mit diesem Spielzeug könnt ihr mir nichts anhaben. Oh, wow. Nein, nein. Mein schöner Klinoroboter. Ich... Ich auch lieber ab. Hui, das war's. Hoffentlich läuft unser Truck noch. Ich glaub's nicht. Ihr habt Sharkbeard besiegt? Ähm, müssen wir den kennen? Wir dachten, ihr gehört zu ihm und hatten euch deshalb beschossen. Tut uns sehr leid. Äh, du kennst nicht zufällig jemanden, der sich mit Technik auskennt, oder? Oh, ich kenne da eigentlich genau den richtigen. Hm, ja. Das sollten wir fix beheben können. Keine Sorge. Gene ist der Beste. Wenn er es nicht schafft, dann keiner. Mal sehen, hier noch ein bisschen. Ah ja. Okay, jetzt sollte wieder alles laufen. Ihr könnt nach Hause. Wow, vielen Dank, Leute. Mike McDonald's. Aber da ist es nur nicht. á Untertitelung des ZDF, 2020